Liebe YouTube-Gemeinde, vor einiger Zeit hatte ich angekündigt, dass bald neue Videos über Modelleisenbahnanlagen und deren Bau folgen sollten. Leider habe ich bei der Ankündigung die Rechnung ohne die Corona-Pandemie gemacht, die die Fertigstellung bis heute sehr zu meinem Bedauern verhindert hat. Ich hoffe, dass die noch fehlenden Aufnahmen und Interviews in Kürze aufgenommen werden können. Bitte habt noch ein wenig Geduld und bleibt meinem Kanal treu. Das Ergebnis dieser Videos soll euch nicht enttäuschen und für die lange Wartezeit entschädigen. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr demnächst lieber Fahr- oder Baskelvideo sehen möchtet. Ich werde dann versuchen, Eure Wünsche zu erfüllen. Danke für Euer Feedback und Eure Geduld.